Hallo liebe Zuhörer, im heutigen MedCast dreht sich alles um das Thema Schwindel. Viel Spaß! Wer schon mal Schwindel erlebt hat, der weiß, wie unangenehm das sein kann. Verantwortliche Ursachen für Schwindel gibt es jede Menge. Davon wird einem glatt schwindelig. Diese MedCast-Reihe stellt euch in zwei Teilen einige Krankheitsbilder vor, die ursächlich für Schwindel sein können. Beim Schwindeln unterscheidet man zwischen Dreh- und Schwankschwindel. Handelt es sich um einen Drehschwindel, so liegt die Ursache am wahrscheinlichsten im Vestibularorgan. Ein Schwankschwindel hingegen kann typischerweise bei einer Schädigung des Kleinhirns, einer Polyneuropathie, einer Ataxie und auch bei psychosomatisch bedingten Schwindel auftreten. Die Vestibularis Paroxysmie, ein Krankheitsbild welches wir euch auch vorstellen möchten, kann sowohl einen Dreh als auch einen Schwankschwindel verursachen. In der Anamnese könnt ihr außerdem herausfinden, ob euer Patient einen anhaltenden Schwindel hat oder einen in Attacken verlaufenden. Diese Unterscheidung hilft euch nämlich, um einige Differentialdiagnosen bereits frühzeitig ausschließen zu können. Krankheitsbilder, die einen anhaltenden Schwindel verursachen, sind die Neuritis Vestibularis, der phobische Schwankungsschwindel, die bilaterale Vestibulopathie sowie Schwindel, welcher durch zentrale Läsionen verursacht wird. Bei attackenförmig auftretendem Schwindel solltet ihr fragen, wie lange solche Attacken andauern. Handelt es sich um eine Dauer von Minuten bis Stunden, so könnte der Morbus Meniere aber auch eine Basiliere Migräne dafür verantwortlich sein. Letztere ist jedoch sehr selten. Handelt es sich jedoch um einen Anfall von wenigen Sekunden, so ist wahrscheinlich eher ein Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel oder eine Vestibularisparoxysmie ursächlich. Ihr solltet euch einfach merken, dass ihr in der Anamnese immer erfragt, ob es sich um einen Dreh- oder Schwankschwindel handelt, ob der Schwindel dauerhaft vorhanden ist oder anfallsartig auftritt. Jetzt stellen wir euch jedes der genannten Krankheitsbilder kurz vor, also Ohren auf. Die häufigste Ursache von Schwindel ist der Benigne paroxysmale Lagerungsschwindel. Es handelt sich um eine Erkrankung des Gleichgewichtsorgans unseres Innenohrs. Verantwortlich für die Drehschwindelattacken sind abgeröste Otolytenbestandteile, welche frei in der Endolymphlässigkeit der Bogengänge herumschwimmen. Bestimmte Bewegungen des Kopfes führen dann zur unphysiologischen Reizung der Bogengänge. Typischerweise treten die Drehschwindelattacken mit einer gewissen Latenz auf und haben eine Dauer von etwa 30 bis 45 Sekunden. Es besteht ein Nystagmus zur betroffenen Seite. Diagnostisch und therapeutisch kommen Lagerungsmanöver zum Einsatz. Das Apleymanöver ist ein mögliches Lagerungsmanöver, um die Otolytenbestandteile aus den Bogengängen zu entfernen. Die Vestibularisparoxysmie verursacht, wie der Benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, einen in Attacken auftretenden Drehschwindel mit einer Dauer im Sekundenbereich. Zusätzlich können bei der Vestibularisparoxysmie auch cochleäre Symptome wie Tinnitus und Hörminderung auftreten. Außerdem findet man oft eine Gangunsicherheit. Neben Drehschwindel kann auch Schwangschwindel auftreten. Durch Hyperventilation kann ein Nystagmus provoziert werden. Die Ursache für die Vestibularisparoxysmie ist meist eine Kompression des Nervus vestibulocochleares durch eine Gefäßschlinge. Therapeutisch und zur Prophylaxe wird Carbamazepin eingesetzt. Der Morbus Meniere ist ein weiteres Krankheitsbild, welches mit Drehschwindel einhergeht. Im Gegensatz zu den beiden gerade vorgestellten Krankheitsbildern hält der Schwindel jedoch über Minuten bis Stunden an. Charakteristisch für den Morbus Meniere ist die Trias aus Tinnitus, Hörminderung und Drehschwindel. Von außen sichtbar ist der Nystagmus zur gesunden Seite. Oftmals klagen die Patienten auch über Übelkeit und Erbrechen. Verantwortlich für den Morbus Meniere ist eine Resorptionsstörung der Endolymphe. Diese vermehrte Flüssigkeitsansammlung führt dann zum Einreißen der Maisner-Membran und so zur Vermischung von kaliumreicher Endolymphe und kaliumarmer Perilymphe. Dies führt zu einer Intoxikation der Haarzellen und den genannten Symptomen. Während einer Attacke kann Diazepam oder die Menhydrinat als Antiemeticum verabreicht werden. Prophylaktisch werden Diuretika, Reolytika und Beta-Histin eingesetzt. Beta-Histin ist ein Agonist am Histamin-1-Rezeptor und ein Antagonist am Histamin-3-Rezeptor. Sind diese therapeutischen Maßnahmen nicht ausreichend, dann kann eine Sakotomie, eine Resektion des Ganglion-Vestibulare oder eine Ausschaltung des Vestibularorgans mittels lokaler Gabe von Gentamycin erwogen werden. Eine Sonderform des Morbus Meniere ist das Lermoyer-Syndrom, welches im Unterschied zum Morbus Meniere im Anfall zu einer Hörverbesserung führt. Ein letzter Vertreter aus der Gruppe der attackenförmig verlaufenden Schwindel ist die basiläre Migräne. Typischerweise hält der Drehschwindel für Stunden bis Tage an und ist triggerbar durch Kopfbewegungen und Haltungen sowie durch typische Migräne-Trigger. Die Schwindelattacken bei einer basilären Migräne gehen nicht regelhaft mit Kopfschwärzen einher. Die Therapie besteht in der Gabe von Antiemetika und einer Migränetherapie. Nachdem ihr nun die vier Vertreter des attackenförmig verlaufenden Schwindels kennengelernt habt, also den benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel, die Vestibularis Paroxysmie, den Morbus Meniere und die basiläre Migräne habt ihr euch eine Pause verdient. Im zweiten Podcast zum Thema Schwindel lernt ihr dann folgende Krankheitsbilder kennen. Die Neuritis Vestibularis, die bilaterale Vestibulopathie, den zentralen Schwindel sowie den phobischen Schwankungsschwindel. Bis dahin macht's gut und viel Erfolg beim Lernen. Euer MedCast-Team. Die Neuritis Vestibularis mit der Ingenie die Neuritis Vestibularis Vestibularis von Konflikopf